Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Idle Heroes. Viel Spaß! Und da sind wir wieder. Einmal kurz Ressourcen herunterladen. Das geht hier ganz schnell. Oh, verschwindet jetzt meine Stimme. Okay, so, Ressourcen heruntergeladen und dann geht es gleich los. Ich mache wieder die Dailies, so wie fast immer. Na, wo seid ihr denn Ressourcen? Okay, und los geht es. Wir melden uns einmal kurz an. Zack. Ähm, warum ist denn das Bild so komisch gerade? Achso, ne, schon gut. Alles Bestens. Alles Besten, Stefan. Bu крутlett gisset. Ja, gefallen. hips Coincern Es ist gut. Denzel. Das verlierst wir so wieder. Was ist das? Fast am Ziel. Ok, schauen wir mal, was ich bauen kann. Dekopro ähnlich. Ah, ich hab sie. Das war's. Das war's. Und so, wieder da. Dann schauen wir mal kurz. Erfolge, Missionen. Ja, Verschenkel vom Herzen. Zack, abholen, senden, fertig. Das war einmal so ein Wunschbrunnen. Eins. Und die Nummer zwei. Schön. Okay, abholen. Und das geht weiter. Einem beliebigen Ging, ich sollte den Markt kaufen. Kaufen wir den hier. Und weiter geht's. Einmal eine einfache Beschwerung abschließen. Okay, wir haben hier eine kostenlose, einfache Beschwerung. Dann haben wir hier eine hochwertige, auch kostenlos. Und die haben wir nicht kostenlos. Und dann haben wir noch ein zweimal auf Erhalt in den Schlacht klicken. Erhalt in den Schlacht klicken. Erhalt in den Schlacht klicken. Eins. Und Nummer zwei. Und so, das waren schon wieder meine Davies. Ganz schnell. Ich schaue noch mal kurz bei den Helden nach. Hier kann ich zwei beschwören. Hier kann ich zehn beschwören. Dann wollen wir mal kurz gucken, ob ich vielleicht... Äh... Da, ich kann eine Schnellausbildung machen. Flipp, flup, flup. Supi. Noch eine? Ne, das war's. Oh. Jetzt hab ich schon wieder welche gekriegt. Sachen, 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 Sachen. Okay. Ich will das Schmiede noch einmal kurz nachschauen. Das geht ja ganz schnell. Da. So. Fertig. So. Was hab ich da um jetzt? Ne. Post. Warte mal. Das ist noch abholen. Ne. Wo war das? Guck mal, nicht hier mal irgendwas abholen. Ist. Naja, egal. Ähm. Hier, wollte ich noch mal kurz gucken. Das ist mein neuer Held. Fünf Sterne. Ne. 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 Wir laufen. Ok. Nein. Ich will mal sagen, das war's für heute. Ist noch gar nicht fertig. Doch. Geht doch. Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes mal dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.